Annika war eine ältere Frau, die in einem kalten und ländlichen Teil Russlands lebte. Sie war nicht besonders reich und blieb oft für sich. Die Leute hielten sie für eine Einzelgängerin, der man aus dem Weg gehen sollte. Es war ein trauriges und einsames Leben, aber es passte zu Annika. Sie hatte ihr ganzes Leben lang nie jemanden gebraucht, warum sollte sie jetzt damit anfangen? Sie war allerdings einmal verheiratet und hatte eine Tochter. Leider war ihr Mann vor 20 Jahren gestorben und nach der Beerdigung zog ihre Tochter weg, um mit ihrem Mann in der Stadt zu leben, in der er arbeitete, viele hundert Kilometer entfernt. Es war selten, dass sie ihre Tochter, ihren Schwiegersohn oder ihren Enkel zu Gesicht bekam. Dennoch war Annika eine unabhängige und eigensinnige Frau, die sich nicht beklagen oder bedürftig erscheinen wollte. Annika war jedoch nicht völlig kalt und herzlos. Sie hatte eine große Liebe für Tiere. Ihr ganzes Leben lang hatte sie Tiere gehalten, aber seit ihr letzter Hund verstorben war, hatte sie ihn nie ersetzt. Doch es gab ein bestimmtes Tier, das sich immer wieder auf der Straße vor ihrem Haus herumtrieb. Ein großer gefährlich aussehender Pitbull. Er war offensichtlich ein Streuner und streifte durch die Straßen auf der Suche nach Futter, um zu überleben. Als Tierliebhaberin fing Annika an Futter für das Tier bereitzustellen. Er näherte sich vorsichtig dem Teller mit den Leckereien, den sie am Ende des Weges aufstellte und fraß sie schnell, bevor andere Tiere kamen und sie ihm wegnahmen. Annika bemerkte, dass der Pitbull dünn war und aussah, als bräuchte er Pflege und Aufmerksamkeit. Aber leider rannte er immer weg, wenn sie sich näherte. Sie musste sich einen Plan ausdenken, um seine Zuneigung zu gewinnen. Und so setzte sich Annika jedes Mal, wenn sie ihm Futter hinstellte, auf einen Stuhl, der einige Meter entfernt stand. Im Laufe der Tage und Wochen kam sie immer näher und der Pitbull gewöhnte sich an die Anwesenheit der Frau. Er gewöhnte sich und verband die Anwesenheit mit dem Erhalt von Futter. Schon bald konnte Annika den Kopf des Pitbulls streicheln, während er fraß. Natürlich war der Hund nach wie vor nervös und schreckhaft, aber es war nicht mehr so schlimm wie viele Monate zuvor, als er zum ersten Mal aufgetaucht war. Annika freute sich besonders über die Fortschritte, die sie mit dem Tier gemacht hatte. Aber es gab ein Problem. Die anderen Bewohner der Straße waren von dem riesigen und gefährlich aussehenden Hund nicht so angetan wie Annika selbst. Sie hatten sich zwar damit begnügt, den Hund in Ruhe zu lassen und sich um ihre eigenen Angelegenheiten zu kümmern, aber die Aufnahme des Hundes in ihre Nachbarschaft brachte das Fass zum Überlaufen. Die Nachbarn wollten nicht, dass dieser potenziell gefährliche Pitbull Tag für Tag durch ihre Straßen streifte, vor allem weil viele von ihnen Kinder hatten. Wenn der Pitbull gewalttätig werden würde, könnte er leicht ein Kind verletzen. Die Nachbarn hielten den Hund für einen bösen Hund und versuchten ihn zu verjagen. Annika war verzweifelt und wütend und die Situation spitzte sich zu, als einige der Anwohner das Tierheim anriefen, um den Pitbull abzuholen oder einzuschläfern. Das empörte Annika, die den Hund viel besser kannte als alle ihre Nachbarn. Sie wusste, dass er, obwohl er groß und stark aussah, ein ruhiges, sanftes und sogar leicht nervöses Tier war. Er würde nie einer Fliege etwas zu Leide tun. Alles was er wollte war Liebe und Aufmerksamkeit. Also traf Annika eine schnelle aber lebensverändernde Entscheidung. Sie würde den Pitbull richtig adoptieren. Dann konnte sich niemand beschweren oder ihn ihr wegnehmen. Aber trotzdem beschwerten sich die Nachbarn. Sie sagten Annika, dass Pitbulls dafür bekannt waren, gefährliche und gewalttätige Hunde zu sein. Sie war eine ältere Frau und wenn der Hund aggressiv werden würde, könnte er ihr leicht großen Schaden zufügen. Die Nachbarn standen Annika zwar nicht nahe, aber sie wollten trotzdem nicht, dass sie verletzt wurde oder etwas Schlimmeres passierte. Wochenlang versuchten die Nachbarn sie umzustimmen. Aber Annika war fest entschlossen. Und schon bald hatte sie den Hund adoptiert und ihm den Namen Benji gegeben. Der Hund war immer noch ängstlich und scheu und hielt sich oft in Annikas Haus auf, fern von der Außenwelt. Draußen war es kalt und unheimlich und die Leute schrien Benji oft an. Im Haus war alles ruhig, still und warm. Mit der Zeit nahm er an Gewicht zu, sah gesünder aus und im Laufe der Monate kam er aus seinem Schneckenhaus heraus. Eines Tages stand ein kleiner Junge vor der Tür, nicht älter als fünf Jahre alt. Es war Annikas Enkel. Seine Mutter hatte ihn über das Wochenende bei seiner Großmutter abgeliefert. Benji war trotz seines robusten Aussehens immer noch sehr schüchtern und ängstlich und hielt sich in sicherer Entfernung von den Jungen auf. Er behielt das Kind jedoch im Auge während es spielte. Annika fand es sehr seltsam wie der Hund auf das Kind aufpasste, aber sie sah es als Trost und als Zeichen, dass der Hund sanft und ruhig war, ganz im Gegensatz zu dem, was ihre Nachbarn gesagt hatten. Als der Junge im Garten spielte, nahm Benji genug Mut zusammen, um sich in den Schatten eines alten Baumes zu setzen und ihn zu beobachten, während er herumlief. Benji beobachtete, wie der Junge in den großen Teich im Garten spähte und den Fischen beim Schwimmen zusah, bevor er sich auf der Schaukel ausdruckte. Doch plötzlich spürte der Hund, dass etwas nicht stimmte. Es war fast wie ein sechster Sinn, denn bisher war noch nichts passiert. Er richtete sich auf und knurrte leise. Aber niemand würde glauben, was dann geschah. Wie aus dem Nichts hörten Annikas Nachbarn einen markerschütternden Schrei. Er kam aus Annikas Garten, wo ihr Enkel spielte. Da sie wussten, dass auch Benji im Garten war, befürchteten sie das Schlimmste. Der Hund könnte plötzlich gewalttätig geworden sein und in seinem natürlichen Aggressionszustand zurückgefallen sein. Wenn er den Jungen oder Annika gewissen hatte, bestand kaum eine Chance, dass einer von ihnen die Verletzungen überleben würde, die er sich bei dem bösartigen Angriff zugezogen hatte. Die Nachbarn waren sich sicher, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis es passierte. Sie hatten alles versucht, sie zu warnen, aber sie hatte nie auf ihre Warnungen gehört. Und jetzt war es zu spät. Die Nachbarn rannten so schnell sie konnten, um einen Blick über die Mauer zu werfen. Aber was sie sahen, schockierte sie und ließ sie beschämt zurück, weil sie den Pitbull so hart verurteilt hatten. Es sah so aus, als ob Annikas Enkel im Garten gespielt hatte und dabei gestolpert und in den großen Teich gefallen war. Er war noch zu jung, um schwimmen zu können und hatte Mühe, seinen Kopf über Wasser zu halten. Da sprang Benji in Aktion, warf sich ins Wasser und zog das Kind an den Rand des Teiches und in Sicherheit. Die ganze Tortur spielte sich vor Annikas Augen ab, und sie war vor Angst erstarrt, weil sie befürchtete, ihren Enkel ertrinken zu sehen. Sie hatte den markerschütternden Schrei ausgestoßen, als Benji ins Wasser sprang und den Jungen rettete. Er war wirklich ein heldenhafter Hund. Die Nachbarn, die keine Angst mehr vor dem Pitbull hatten, halfen Annikas Enkel und den Hund aus dem Wasser. Sie wickelten sie in Handtücher und Decken, um sie warm zu halten, während mehrere Leute die schockierte Annika trösteten. Benji wackelte nur mit dem Schwanz. Er freute sich, dass er helfen konnte. Und er war froh, dass er von all diesen Menschen viele Streicheleinheiten bekam. Er liebte die ganze Aufmerksamkeit. Benji war überhaupt kein schlechter Hund. Er war sogar der heldenhafteste und selbstloseste Hund, den die Nachbarschaft je gesehen hatte. Wenn dich diese Geschichte genauso berührt hat wie uns, solltest du dir dieses Video ansehen. Ein Mann hilft einem weinenden Eisbären. Wenige Minuten später passiert etwas Unglaubliches. Klicke hier, um die ganze Geschichte zu erfahren.